hallo meine süßen herren damen der anstalt der verwirrten und willkommen zurück zu der legend of zelda the breath of the world und wir gehen gerade in richtung quest die quest wir haben ein information wir haben ein fotomodul geschickt oder geschenkt bekommen damit wir ja halt fotos machen köln zum stufen und so gibt es glaube ich nicht und auch gibt es als optischen zu kein digitalen zum 0 ja und wir haben jetzt ein paar bilder die wir hier schon drin haben und da geben natürlich jetzt kurz rein und fragen die guten was denn da überhaupt los ist die impau die dame der herren ich habe gehört pura hat dich für ihre arbeit eingespannt aber du scheinst es ja über stunden zu haben so dass wir menschen ist geschafft zeig mal her wir kommen hat den stein hier dieses wurde hat ohne zweifel selda vor 100 jahren aufgenommen wenn du die ort auf diesem foto auf so kannst du vielleicht in der geschichte zurückgewinnen wenn du eine der orte von den fotos finden solltest kommst du einmal zu mir ich habe etwas das ich dir dann geben möchte erinnerung so nicht die machen was wir die du du erinnerst dich vielleicht nicht daran aber bei galon bereits aber du bist gar noch bereits einmal unterliegen du musst die so für dich vorbereiten ach so klar so wir suchen mal ich schweige wenn ich schon jetzt aufsuchen können natürlich klar wir können das nicht wirklich alles aufsuchen hier da natürlich noch nicht alles auf der karte gefunden haben das natürlich auch wieder so eine sache hier müssen eigentlich zuerst irgendwie oder wenn wir das durchsuchen finden das ist cool aber eigentlich sollte meine theorie zuerst alle kartenabschlüsse wirklich alle durchsuchen das heißt grundsatz gesehen auch mal haben so eigentlich so eigentlich zuerst das ganze aufdecken und dann die schreie machen und dann alles andere hier da war hier schon das andere abgekauft das deutsche volk die auch wieder mit diesem stammkunden alle wagen empfehlt sind okay ich bin gerade spezialität ich skippe mal durch sorry aber nein nicht wieder so ähm kaufen sie auch jetzt wird spannend hier ähm bum 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 okay haben alle genau die preise so und natürlich weiter geht's die wunderschöne fahrt abgemacht willkommen auf vielleicht auf 3000 eventuell früher als erwartet ich sag mir so dass wir gerade jetzt mitbekommen aber zumindest 2000 damals schon ähm den wir kommen auch natürlich noch eine runde und dann den kapasten die unten haben den wir irgendwie nicht gebrauchen können das heißt die die fledermaus alles kacke und alles jetzt komm mal weg hier oder doch nicht hallo hallo nee ich will da nicht hallo alles verkaufen so abgemacht 1880, das ist gar nicht so schlimm. Da haben wir mittlerweile doch schon ein rechtes Sümmchen beieinander. Äh, hier oben natürlich die Dinger auch noch verkaufen können. Das ist echt so kacke. Ich brauche alles wirklich kacke. Alles weg da. Ist egal. Komm weg, die süßen guten Damenherren. Ähm, dann noch das hier für drei ja, es gibt etwa auch noch ein 21. Ja, genau, ein. Ne, Gobi. Alle hier. Von alle weg. Genau. Und das Herz, ich habe keine Ahnung, wie viel das Herz eigentlich wert ist. 20, doch gut. Ich frage mich da Fisch. Jetzt sehe ich, wie so ein Gericht eigentlich wert. Okay, nicht gerade so viel, muss ich mal wirklich sagen. Also die Gerichte sind nicht wirklich cool. Steinsalz. Original, also universal. Komm dann weg da. Du, die Dinger, tralala. Sachen, die wir eigentlich nicht benötigen. Ich weiß, irgendwie Rezepte rausmachen. Tralala. Komm, weg damit. Und die Dinger da unten sind wir glaube ich auch irgendwie da sind wir da 40 mehr. Ich debatt. Ich will die nicht nur 1, 2 verkaufen. Ich will die natürlich alle verkaufen. Was ist denn da los? So, ich weiß vielleicht, wenn ich einen oder einen irgendwie ein bisschen verärgern, weil ich alles verkaufe. Aber, ähm, naja. Es gibt es ja immer wieder hier auf der ganzen Map hier. So. Schleimchili. Alles verkaufen hier. Die Dinger noch Moblinhörner. Die gibt es auch im Angebot heute. Ganz klar. Phänomenal. Für 25 Rubine. Ähm, und ich weiß nicht, wie das da hinten steht und fällt. Mit den Dingern hier doch noch rechtes Schümchen. Bernstein. Da sind irgendwelche Fliegen eingemacht. Aber 400. Das geht klar. Opal. Da war eigentlich 3000 doch schon recht zusammen. Und die Dame hat echt Kohle. Die hat dem mal echt Kohle. Da haben wir eigentlich das Ganze schön abgeschlossen. Wir können jetzt eigentlich zurückgreifen und sagen, ja, guck, da haben wir unser Haus, das nehmen wir an und das kommen wir da hin. Nein. Teleportieren wir da hin. Das funktioniert. Das funktioniert sogar. Das ist ja von überall her. Komm mal da. Oh, wir sind weg. Hätte ich mal besser aufgenommen. Okay, wenn du das Ding neigst, achte beim Spiel auf die Umgebung. Was? Kannst du auch ziehen, wenn du das Ding neigst. Ja, ich spiel mit dem Ding hier. Nicht mit dem Ding, das du anzeigst. Völlig falsche Sache. Aber gut. Nichtsdestotrotz, wir haben 3.303 wir können das Haus oder war es 5? Wir brauchen jetzt noch Holz. Scheiße, müssen jetzt in Holz kommen. Einfach 20 Bündel oder so. Stimmt. Scheiße, normales Außenssache. Müssen Bäume fällen. Toll. Ich bin der Rude, genau. Hm. Haben wir irgendwo... Wie viel haben wir denn von diesen... Holz-Siebenbündeln? Okay. Vielleicht aber irgendwo eine Axt so rumfliegen. Nur blöde Hämmer, die wir nicht verwenden können. Hm. Wir müssen doch hier eine Axt geben, die wir nehmen können. Also, hallo. Das muss ich irgendwo eine Axt geben. Vielleicht bei einem Bauern oder so, irgendwo rumfliegen ja ein ganzer hier, ganzer gutes Stück. Ja, wenn ich halt irgendwo, bitte, irgendwo, irgendwo eine Axt oder so. Mittlerweile sieht es doch recht karkig aus, was Axt angeht. Ist auch nur ein Schwert, so wäre es schon geil, weil wir haben jetzt wirklich... Wow. Ich frage mich, ob wir damit auch irgendwann fällen können. Okay, das bringt natürlich gar nichts. Wir müssen... Und mit dem Ding, die Hake bringt, glaube ich, auch nicht wirklich viel mit, mit, äh... Ist eher ein Spielzeug. Naja. Da hinten vielleicht irgendwie was wo... ein Ei. Ein frisches Ei, das sich oft in Vogelneste oder Baumkronen findet. Das ist sehr nah, eigentlich hervorragend zum Kochen. Es ist kein Vogelnest, sondern... Ja, das sage ich hier nur. Ähm, es ist kein Vogelnest, sondern ein Eiernecht. Ein, ein Küken, ein... Naja, gut. Ich bin auch noch besser im Arigolieren, wie man so schön sagen könnte. Ähm, den, den gehen wir jetzt nach oben. Wo gibt's hier ne Axt? Ne Axt, ne Axt, ne Axt. Muss doch irgendwo ne Axt gehen? Was gibt's denn hier nicht? Darf es doch nicht gehen, hier muss es irgendwo ne Axt gehen oder so. Freunde, die gute Unterhaltung, wo sind denn die Äxte hier? Hoh, ne Queste? Du! Bist du auf Reisen? Hast du ein Gasthaus seit übernachtet? Null. Na ja, deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich vor allem... Ich meine, ich stehe hier wache und, äh, harte Arbeit. Das ist schwierig, als es aussieht. Viel wichtiger, hast du, Freunde, Prima schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du die triffst, halte ich mit deinem jugendlichen Charme das zurück. Ach, Freunde, ich will mal mal. Ach ja, sag mal, welche Geschenke ihr könntest du, Freunde, Prima hast du gefallen? Es geht um Freude eines, die Freunde, der verliebt hat und mich umrade. Ach, okay, also der Herr hat sich in sie verliebt, aber er will es natürlich nicht mitteilen oder sagen. Na, das wäre natürlich zu feige. Okay, wo gibt es denn hier die Äxte, 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 irgendwo eine Äxte, die wir draufhauen können, damit die Bäume fällen. Meine Nase, meine Nase kratzt hier eine Runde. Ähm, hm, Ich auch nicht das ist eine Sache, dass wir hier irgendwie eine Hake brauchen, aber nicht. Die gibt es hier genüge, haben wir gesehen. Ähm. Aber so einen Baufilah-Helden gibt es hier nicht, oder? Oder ist das Salamander oder sowas eine Art? Ich kenne mich echt gerade nicht aus. Mit solchen Tieren und allem drum und dran, da bin ich eher gesagt ein Fuhrer, ein Anfänger. Ein hochgradiger Anfänger. Aber wo sind hier die Äxte? Wo ist die Naxt? Irgendwo Naxt, die wir kaufen oder verkaufen oder whatever können wir. Das gibt es doch nicht. Naja. Irgendwie irgendwo angelehnt an irgendwas. Der wundersame Junge, der schläft. An einem wunderschönen Tachos. Ja, bitte schon wieder an der Reihe? Was? Wie? Hä? Hm. Nanu, äh, wer bist denn du denn? Wegen der Arbeit muss ich nach und nach machen. Lässt du mich wieder schlafen? Okay, dann halt. Tschüssi. Nicht mal, der hat nicht mal einen Arbeiter, der irgendwelche Werkzeuge rumfliegen. Was ist denn los mit der Welt? Können wir nicht hier aber nur etwas nehmen, was uns nicht gehört? Ja, das ist aber schön, um wahr gewesen zu sein. Naja, irgendwie müssen wir noch an der Axt kommen. Vielleicht, äh, bei einem... Windmühlenartigen Gebüden. Wer weiß. Oh. Was, was, was mitbekommen oder mitgenommen, was wir noch nie gesehen haben hier. Aber wir sind wieder zu viel geflogen. Sind zu gesiegelt, aber ist natürlich nicht möglich. Okay, dann kommen wir erstmal nicht hoch. Und zweitens gibt's hier aber nichts. Ich bezweifle, dass Kakariko ein gutes Rötschel ist, um... Ja. Um eine Axt zu finden. Nein! Grämmerladen. Schörmerei. Gasthaus. Rüstungsland. Okay, gut, wir waren in Rüstungsland. Vielleicht gibt's da irgendwie ein... ...eine Axt oder so. Ich glaub, da muss es ja... ...hallo Kapuze. Hm. Könnten wir uns eigentlich wirklich theoretisch gesehen leisten. Aber es braucht halt Übung, wo ich's mal in den Rennen rennen kann. Kältschutz wäre gar nicht mehr so das Schlechteste, was man machen könnte. Ich... ...brauch mal hier... ...ich geh mal so rum hier. Gibt's irgendwelche Sachen, die wir mitnehmen können. Und dann wird halt die Dame überfragt. Willkommen. Gibt mal sie... Alle anderen von kleinem Stückchen, die die Axtplode, bla bla bla. Ämm... Warum so versteckt? Ähm... Ähm... Ahaaa... Sie meinen, ich bin hier in der Ecke, schlecht zu sehen. Aber, aber ich muss hier stehen, das ist mein Lieblingsplatz. Bitte haben Sie Verständnis! Kann ich doch... helfen? Ähm... Was ist das hier? Wir sind in der Boutique mit Schwerpunkt auf modernen Alter. Ein Stück bis zum Rüstungsdaten. Ich ver... Wie? Warum? Was? Ich will eigentlich kaufen, aber hey. Gibt es nur die Sachen, die wir hier ausgestellt bekommen? Wer wissen? Mau. Wärme- oder Kälteschutz, aber... Das ist einfach nur die Rüstung. Das ist einfach nur die Rüstung, mehr nicht, ne? Ein wahrer Meister Schmiedekunst, die ihrem Träger einen Schutz bietet. Komm! Für den Herren? Jo? Komm. Wir gönnen uns sonst nichts. Komm, was machen wir hier? Ende. Wir haben wenigstens wieder eine wunderbare Samenwelt. Jupp! Nehmen wir einen Moment. So, dann können wir eigentlich unseren Covers, den wir hier haben, eine Runde verkaufen. Wenn das denn so ist. Ähm... Ich will das hier vielleicht doch noch behalten, bei Klettertempo und so. Ach, wir haben jetzt insgesamt zwölf Rüstung. Okay, das geht ziemlich weit da unten. Aber wir verkaufen nur noch. Weil wir haben jetzt, äh, ein bisschen mehr, als wir eigentlich mitnehmen wollen. Weil die Anfangsrüstung, die brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Wir haben jetzt noch eine schöne Rüstung, die wir mitnehmen können. Ähm... Das finde ich so wenigstens gut. Ich meine, hey, wieso nicht? Und das hier... Aber... Hier, das behalten war. So, wir sind jetzt der Krieger. Der Krieger. Geht das Ding schneller runter? Ich glaube, eventuell. Aber wir sind jetzt besser geschützt. Ähm... Wo ist unser Pferd? Ein Garigo. Stimmt natürlich, klar. Das haben wir natürlich mitgenommen. Nicht, Depp? Ähm... Irgendwie müssen wir eine Holzfeld-Axt finden, meine Freunde. Ich sag's mal so. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Wenn wir das irgendwie hinkriegen sollen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und, äh... Ich finde eine Axt. Ich finde eine Axt. Bestimmt.